Ja Freunde, ihr seht richtig, endlich ist es soweit. Die spezielle FFDK-Tasse mit dem XRP-Logo und dem Schriftzug Sibis Parts in Parabellum oder aber auch die Millionaire Loading XRP-Tasse sind ab sofort in einer kleinen Stückzahl bei uns im Shop verfügbar. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich findet ihr jetzt auch passend zum Black Friday ein richtig, richtig cooles Angebot. Ja CryptoFamily, in dem Sinne ein wundervollen Black Friday für euch alle. Und ich zeige euch gleich mal, was euch erwartet. Aber zunächst einmal, wir werden uns gleich mal ein paar wilde Prognosen anschauen. Natürlich sprechen wir heute auch mal wieder über Prognosen bezüglich XRP. Einige scheinen extrem utopisch, andere durchaus realistisch. Werden wir uns beide Seiten mal ansehen. Aber wir sprechen auch mit bei Bitcoin. So haben sich zum Beispiel die SEC und Grayscale getroffen. Und es gibt zahlreiche, doch sehr, sehr bullische Charts. Und das, was wir die letzten Tage erlebt haben, diese Wende wieder in den Bärenmarkt, das ist eigentlich nur eine ganz gesunde Korrektur, warum wir nach wie vor kurz davor stehen, dass es so richtig losgeht. Ja Freunde, endlich ist es soweit. Die Tasse mit dem Logo hier bei mir im Hintergrund, die gibt es jetzt offiziell. Auch noch ein paar andere Motive. Und die erwarten euch heute bei uns im Shop im Black Friday Sale. Das Ganze geht bis Sonntag und ihr könnt dort neben den Tassen auch noch zahlreiche weitere vergünstigte Produkte finden. Unter anderem zum Beispiel die Steelplates. Hier sind noch die normalen Preise, aber sobald ihr das Produkt in den Warenkorb legt, seht ihr, dass wir dort auch 20% Nachlass haben. Also wirklich mal wieder nach langer Zeit ein ordentlicher Nachlass und noch viele, viele weitere Produkte. Also checkt den Shop und unterstützt mich und den Kanal, aber natürlich auch eure Morgenroutine. Denn ich muss zugeben, für mich schmeckt der Kaffee Top Bezug oder so in der Tasse. Falls nach dem Besuch bei uns im Shop noch die eine oder andere Mark übrig bleibt, gibt es natürlich auch bei den Hardware Wallet Anbietern einige Nachlässe. Zum einen der Black Friday bei Descent. 40% Nachlass bzw. 50 Dollar Nachlass für alle FFTK Zuschauer. Ja und für alle, die sagen, ah Ledger ist mir immer noch nach wie vor die beste Lösung, gibt es auch bei Ledger mal wieder eine sehr coole Aktion. Kein direkten Nachlass, aber ihr erhaltet zum Beispiel beim Kauf von Ledger Nano S Plus 20 Dollar in Form von Bitcoin, 30 Dollar beim Kauf von einem Nano X oder 50 bei dem Duo. Sollte Bitcoin sich also im Preis verdoppeln oder verdreifachen, könnte es sein, dass euch das Wallet am Ende gar nichts mehr gekostet hat, wenn man es so sieht. Link zu den ganzen Black Friday Aktionen findet ihr hier unten in der Videobeschreibung und ich bedanke mich schon mal im Voraus für euren Support. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die News. Bitcoin Spot ETF nah, SEC trifft sich mit Grayscale. Ihr kennt die Geschichte, gefühlt jedes Unternehmen will irgendwie jetzt diesen Spot ETF realisieren, aber Grayscale scheint dicht dran zu sein, denn zum einen sind sie mit die Ersten gewesen, die überhaupt auf die Idee kamen, ihren bestehenden Fund umzuwandeln in einen Spot ETF und zum anderen haben sie, nachdem sie eine Absage kassiert haben von der SEC, direkt dagegen Einspruch eingelegt und ein Gericht hat diese Absage seitens der SEC für nichtig erklärt. Somit haben die sich jetzt am Montag getroffen. Was dabei rumkam, wissen wir nicht, was da Details waren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird es schon nicht ganz von ungefähr kommen, sich mit den Grayscale CEOs und so weiter zu treffen. Von daher sind wir mal gespannt, die allermeisten Expertenmeinungen gehen in die Richtung, dass entweder noch überraschenderweise ganz zum Schluss in diesem Jahr oder spätestens dann im Januar 2024 dann irgendwie der erste ETF zugelassen wird und ich gehe davon aus, wenn der erste zugelassen wird, werden die anderen folgen. Ja, nachdem die letzten Tage doch sehr mau waren und viele von euch schon wieder das Gefühl haben, ah, war es das jetzt schon wieder mit dem Bullenmarkt, möchte ich euch heute ein paar Charts zeigen, die durchaus das Gegenteil nahe legen. Zum einen sehen wir hier diese Übersicht, übrigens ich werde euch den Typen mal verlinken, The Scalping Pro macht ziemlich, ziemlich akkurate und geile Chart-Analysen, vor allem solche Analysen, die man nicht an jeder Ecke sieht, mit coolen Dingern wie zum Beispiel hier Bulltrap und Bärtrap, die ihr einzeichnet. Aber zurück zum Thema, ihr seht auf jeden Fall, dass da gewissen Pattern folgt und wir sind hier eben in dieser Akkumulationsphase und er sagt, das hier war eine Bärenfalle, das heißt nur das Gefühl, das nach außen getragen werden sollte, dass der Kurs jetzt wieder weiter droppt und das alles nur quasi ein Fake-Out zuvor war. Nein, das hier war eher der Fake, er geht davon aus, es war eine Bärenfalle und danach seht ihr ja, wie es weitergehen sollte. Parallel dazu zeigt er auch noch mal hier die Parallele zum Halving. Ihr seht zwischen dem Halving und der Zeit davor waren immer so, oder in diesem Zeitraum von 151 Tagen hatte man einen riesigen Drop, minus 68%, minus 60% vom Hoch und jetzt minus 45% vom Hoch. Er geht daher davon aus, dass wir jetzt genau in dem gleichen Bereich sind, wo wir hier waren und das jetzt eigentlich nach einer vielleicht noch mal kurzen Dürrefase oder Korrekturphase, danach spätestens nachdem das Halving stattgefunden hat, denn der ultimative Bullenmarkt startet. Für alle, die es lieber in solche einfachen Phasenteilen, gibt es im Prinzip hier diese drei Phasen, die Ampel, wenn man so will, Bottom, also der Boden, Reaccumulation, also die Phase, in der man wieder Zeit hat, sich aufzuladen zu günstigen Konditionen oder vermeintlich günstigen Konditionen nachzulegen, um dann im Bullenmarkt, der meistens relativ steil geht, dann ordentlich vorbereitet zu sein. Nach Bottom, Reaccumulation und Bullenmarkt haben wir das Ganze jetzt schon wieder erholt und sind jetzt kurz davor, dass die Akkumulationsphase zu Ende geht und der Bullenmarkt eskaliert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber passend dazu habe ich mir mal meinen neuen Bullenhoodie angezogen. Ich hoffe, dass das ein gutes Omen ist und dass die nächsten Tage gut laufen. Aber schauen wir uns mal weitere Dinge an. Hier nutzt er Indikatoren, die ich selber nicht kenne. Er nennt das Ganze die Firefly Bands. Ich kenne nur die Bollinger Bands, aber die Firefly Bands scheinen wohl hier ein besonderes Signal auszulösen, und zwar den sogenannten Flip. Das letzte Mal, dass wir ein solches Muster gesehen haben, war hier. Danach gab es den Bullrun und wir sind jetzt wieder bei einem sogenannten Flip. Mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, und generell für die Altcoins sieht es auch nicht schlecht aus. Er hat hier mal die Altcoin Market Cap zugrunde gelegt und wir sehen, dass es so ähnlich ausschaut, wie dieses Triangle Pattern, was wir hier sehen, dass wir uns also jetzt gerade hier raus bewegt haben und dass das eigentlich der Moment ist, kurz davor, bevor der ultimative Shot kommt. Also fassen wir nochmal zusammen die ganzen Grafiken. Egal, wie sie ausgelegt sind, am Ende sagen sie alle das Gleiche, und zwar, dass wir das Allerschlimmste hinter uns haben und dass die nächste Phase eine richtig geile sein wird. Sei es, dass die Kurse etwas steigen oder eben ultimativ steigen. Ich persönlich glaube, dass wir diesen richtigen ultimativen Durchbruch erst nach dem Halving sehen. Warum? Weil es eigentlich immer so war, dass bis zum Halving, wir gucken es uns hier nochmal an, dass bis zum Halving das Ganze einigermaßen seitwärts lief oder zumindest hier aus der Korrekturphase nur kam und wir nur die Stände erreicht haben, die wir vorher schon hatten. Danach ging es seitwärts und nach dem Halving ging es dann irgendwann ziemlich steile Bergauf. Hier das Gleiche, bis zum Halving ging es eher nochmal korrektiv nach unten, seitwärts und dann steile Bergauf. Und ja, das Ganze wiederholt sich wahrscheinlich jetzt auch. Das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, dass wir bis zum Halving wahrscheinlich noch peu a peu das Ganze angehen und danach den Ultimativ. Auch ein gutes Omen sind die beiden Herren, ich hatte schon in der letzten Ausgabe mit euch darüber gesprochen, der BitMEX CEO oder der, ich weiß gar nicht, aber immer noch aktiver BitMEX CEO ist, auf jeden Fall der Owner, der Arthur Hayes, wurde ja glaube ich schuldig gesprochen damals und kurz danach, nachdem diese Geschichte war und BitMEX quasi direkt in die Mangel genommen wurde und reguliert wurde, wenn man es so nennen will, ist der Markt komplett eskaliert. Damals war es ein X6. Oktober 2020, nachdem der CEO eben schuldig gesprochen wurde wegen krimineller Machenschaften, ist der Kurs um das Sechsfache angestiegen, die nächsten sechs Monate danach. Und ja, der Autor sagt jetzt, wenn das schon heftig war, was passiert denn, wenn Changpeng Zhao, also CZ, der CEO von Binance, der jetzt notgedrohenermaßen zurücktreten musste, was passiert jetzt? Er sagt, Bitcoin 100.000, ja, warum nicht? Es würde auf jeden Fall passen und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wäre das ja vom Allzeithoch noch nicht mal eine Verdopplung und von daher glaube ich, da wir bisher immer die Allzeithochs deutlich übertroffen haben, ist das gar nicht so abwegig, auch wenn sich die Zahl zum heutigen Zeitpunkt noch total utopisch anhört. Vielleicht aber auch nicht, wir sehen die FTX-Pleite, so sah der Chart aus vom FT-Token und danach ging es plumps bergab und Binance sieht eigentlich gar nicht so anders aus. Wer weiß, vielleicht kommt hier auch nochmal die Sense, auf jeden Fall interessanter Chart, sollten wir nicht aus den Augen lassen, glaube ich, dass so etwas passiert, eher weniger, aber kann sowas passieren, auf jeden Fall, im Cryptospace ist alles möglich. So, kommen wir jetzt mal zu unseren Isocoins, beziehungsweise kurz zu HBAR und danach zu den XRP-Prognosen, auf die ihr wahrscheinlich schon wartet. Zunächst einmal für all diejenigen, die es um HBAR halten, eine sehr, sehr schwere Zeit die letzten Monate, eigentlich schon seit Mitte des letzten Jahres, da passiert einfach gar nichts. Wir sind weit abgeschlagen, weit unter der 10-Cent-Marke und bis auf den einen einzigen Test hier Richtung 10-Cent-Marke ist gar nichts gegangen und das, nachdem HBAR eigentlich immer so voluminöse Anstiege verzeichnet hat, wo es denn wirklich extrem schnell in kurzer Zeit ultramäßig bergauf ging. Dann war das die Geschichte in Davos, alle dachten, jetzt wo sie ihren eigenen Spot da hatten in Davos, wird es wahrscheinlich richtig abgehen, denkste. Nichts ist passiert, komplette Akkumulationsphase und der Trader hier, Eric Crypto, ihr wisst, er liegt häufig mal richtig, er sagt, dass wir sehr zeitnah 167% Anstieg sehen werden bei HBAR, auf roundabout 15 Cent, nehme ich gerne mit, behalten wir mal im Hinterkopf. Bei XRP sagt er ebenfalls, dass wir kurz davor stehen, einen großen Ausbruch zu sehen, allerdings glaubt er, dass zunächst nochmal eine Welle nach unten kommt und wir nochmal ordentlich korrigieren, sogar unter den relativ deftigen Support von 55 Cent, um danach dann eben den Moonshot zu wagen. Mal gucken, wir haben ja schon zahlreiche solcher Prognosen gesehen und bisher sind die wenigsten auch nur ansatzweise eingetroffen. Und bevor wir uns gleich die ultimative 400-Dollar-Plus-Analyse anschauen, hier mal ein sehr, sehr cooler kurzer Clip von David Schwartz, ich lasse den einfach mal so durchlaufen und danach übersetze ich euch inhaltlich, was er gesagt hat, aber sehr, sehr interessant, hört es euch an. The piece we hadn't seen before in Bitcoin was proof of work. But the magic, I think, comes from the fact that there is no central operator. All transactions are public. All transaction rules are public. Anybody can enforce transaction rules. Like, that was kind of where the magic was. And so we kind of took it apart. And the use case that we decided to target in the early days was payments. Payments are a multi-trillion dollar problem. And it seems like cryptocurrencies are just naturally suited to make payments better. And it's specifically, we kind of focused on cross-border international payments, not because domestic payments are great, but because it's cross-border payments are the worst. Like if you, anyone who's made an international payment probably has stories of bad experiences. And so the worst the thing you start with, the less amazing you have to be to be better. And I think like, I think we can eventually be amazing and sort of take over the payments world, but we're not going to be there day one. And so if we can't, you know, if we can't succeed against the worst part of the problem, why are we, why are we bothering? Okay, also Kurzversion, er sagt Cryptos sind generell ideal und wahrscheinlich genau dafür geschaffen, um Zahlungen abzuwickeln. Und er sagt, das ganze Thema grenzüberschreitende Zahlungen ist extrem schwierig, ein großes Problem. Und er geht davon aus, dass wenn man diesen schlimmsten Part gerade angreift, und das ist ja das, was sie machen, wo wirklich sozusagen die meisten Probleme entstehen. Er sagt, das ist der richtige Ansatz, um eine Lösung zu bringen. Und alles andere ergibt sich danach. David Schwartz schon viele, viele Jahre dabei. Einige behaupten, sogar er sei, zumindest ein Teil, von Satoshi Nakamoto. Vorstehen kann ich es mir auf jeden Fall. Der Typ ist wirklich nicht ohne, hat schon zahlreiche Patente angemeldet, schon, ich glaube, in den frühen 90ern oder Ende der 80er Blockchain-Patente eingereicht. Also der Typ hat's faustdick hinter den Ohren. Und von daher verfolge ich den einfach zu gerne. Und ich dachte, das ist bestimmt für euch interessant. Falls ihr euch für mehr solche Inhalte interessiert, dann kommt doch gern bei Twitter vorbei. Folgt mir ffdk-17 und dort werdet ihr den immer auf dem neuesten Stand gehalten. So, jetzt nochmal, last but not least, die Prognose der Prognosen. Top-Krypto-Analyst sieht unglaubliche XRP-Kurs-Explosionen. Ja, ich weiß, Freunde, es wirkt schon fast wie eine gewisse Beschäftigungstherapie. Aber dieser Crypto-Bull macht ganz interessante Analysen. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Er sagt nämlich folgendes. Er hat diese Pattern, also diese einzelnen Zeitfenster, die wir hier sehen, mal eingezeichnet. Und sagt, dass immer am Ende eines solchen Pattern, dass da die Explosion gekommen ist. Und wir sehen, sie kam immer unvorhergesehen. Oder er sagt mir, ihr hättet hier vorhergesehen, dass plötzlich solche krassen Moves kommen. Oder dass ihr hier, nachdem wir uns so seitwärts bewegen, solche Moves erwartet hättet. Also so ganz abwegig ist es nicht, was er sagt. Was aber besonders interessant ist, wenn wir mal schauen, die Ausbrüche warten nie, bis die Spitze des Dreiecks erreicht wird. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen, die noch da wären, bevor wir die Spitze erreicht hätten. Das heißt, 5 Monate, bevor das Ende des Dreiecks erreicht wurde, weil das hier ist ein Monatschart, ist der Ausbruch losgegangen. Das gleiche hier. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen. Wenn wir wollen, sogar 6 Kerzen. Also knapp 5 bis 6 Monate, die eigentlich noch zu Ende hätten gehen müssen, bevor das Dreieck voll gefüllt ist. Und auch da kamen die Ausbrüche direkt davor. Und so können wir jetzt natürlich auch hoffen und spekulieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht 2 bis 3 Monate. Vielleicht haben wir dann wirklich genau diesen Ausbruch und er behält recht. Die ersten wichtigen Ziele wären der 4,20 Dollar Marker. Das würde auch automatisch endlich das nachholen, was den letzten Bullrun auf der Strecke geblieben ist. Nämlich das Knacken des Allzeithochs. Und ich denke, wenn da erstmal ein bisschen Musik raufkommt auf das Ganze, dann geht es ziemlich zügig. Oder wer von euch hätte gedacht, dass Solerna von Januar bei unter 10 Dollar, heute bei knapp 60 Dollar rumschwirrt. Und das ohne riesige News, ohne riesige Fundamentals, die sich geändert hätten. Das ist der Kryptomarkt, der ist manchmal wie eine Fahne im Wind. Mal so, mal so. Und wenn erstmal wieder der Fokus kommt und die Leute wieder Vertrauen gewinnen und wieder an XRP glauben. Ich denke mal, der wird ordentlich Volumen da reinkommen, ordentlich Geld. Und bis dahin gönne ich mir die Millionaire Loading Tasse. Ja, müssen wir noch einen Moment ausharren und noch ein paar Kaffee trinken, bevor der Balken ganz voll ist. Ja, der Typ schreibt schon da rein, über 10 Dollar ist deutlich schneller erreicht. Und hat auch nochmal einen Chart dazu gepostet. Fand er auch ganz interessant. Hier, ihr seht also eine Seitwärtsbewegung. Er benutzt hier die Fibger, also die Fibonacci Retracements. Und wir sehen hier, dass der nächste Bereich der blaue wäre, wo die 10 Dollar Marke drin wäre. Und ihr seht, wenn es losgeht, kommen wir aus dem grünen Bereich in den grauen, in den blauen, ohne wenn und aber. Genauso sieht das jetzt halt auch. Aus dem grünen, in den grauen, in den blauen. Und deshalb kommt er auf die 10 Dollar. Es passt einfach alles. Ich habe das Gefühl, dass im ersten Quartal 2024 die ganze Geschichte beigelegt wird. Ich habe das Gefühl, alles wird schon mal schön sauber gemacht. ETF ist genehmigt. XRP ist gelöst. Und dann erst kommt schön das Halving. Dann schön das ganze Geld in den Markt. Und wir erleben einen kompletten Boom. Ja, und das wäre doch genau das, worauf wir so lange warten. Haltet mich für verrückt. Ich glaube daran. Ich glaube, dass es so kommt. Habe jetzt auch schon viele, viele Jahre und mehrere Bullruns erlebt. Und weiß nur eins, bisher wurde immer alles in den Schatten gestellt, was zuvor war. Immer extrem getroppt, obwohl man schon dachte, mehr geht nicht. Also, lasst uns gespannt sein, Freunde. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid genauso bullisch gestimmt wie ich. Müsst euch vielleicht nicht gleich so eine Bullen-Kluft überziehen. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist mich und eure Morgen der Zukunft zu unterstützen mit einem wundervollen Kaffee aus einer unserer speziellen Tassen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, Freunde. Bedanke mich bereits im Voraus. Beim letzten Mal hatten mir einige geschrieben, ob ich die Tasse auch signieren kann. Selbstverständlich. Also, falls ihr möchtet, dass ich euch die Tasse signiere, mache ich das sehr gerne. Dann schreibt einfach in das Kommentarfeld bei der Bestellung einfach mal eure Widmung oder dass ich euch das signieren soll. Dann nehme ich mir selbstverständlich die Zeit und werde die Signatur hier unten ansetzen. Es sei denn, ihr habt irgendeinen anderen Wunsch. Ja, ansonsten sollte das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir sehen uns schon bald wieder. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Ciao!